Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Update Video. Und zwar wollte ich mich seit längerem mal wieder an ein Let's Play ran machen. Wollte euch einen Titan Quest Part aufnehmen. Nach dem Spiel Eingang gegen Russland jetzt, da er ja jetzt DM ist und ich das Spiel gesehen habe. Und ja, da wollte ich mich danach noch an ein Let's Play machen. Hab mir gedacht, komm ich nehm jetzt noch was auf. Da ich jetzt eh wahrscheinlich nicht schlafen kann. Und auch nicht wollte. Wollte ich euch ein Let's Play aufnehmen. Doch dann habe ich auf einmal gemerkt, also war okay, ich hab ganz normal Musik gehört. Und dann auf einmal, also weil ich ja dachte, das was im Tab ist, das mach ich noch fertig oder höre ich oder schau ich noch fertig. Und es war dann ein Lied und dann dachte ich mir, komm das höre ich noch fertig. Hat auch alles geklappt. Und dann irgendwann, habe ich den Ton schlechter gehört. Gesang dann gar nicht mehr und Melodie dann nur noch so ein bisschen. Tachte ich erst, ja man Reser Kraken, Pro hätte das kaputt. Und hab dann geguckt, Stecker raus, Stecker rein. War aber dasselbe. Dann habe ich gemerkt, ups, es ist ja ein Splitter. Und da habe ich es mal, ähm, also weil ich dann halt meine Meilenkopfhörer, ähm, probiert hab. Und da ging's dann. Und auch ohne ging's. Und dann habe ich gemerkt, ähm, ja, das ist ja ein Splitter. Ist mir auch erst später aufgefallen. Äh, warum es mir nicht beim ersten Rein- und Rausstecken aufgefallen ist. Äh, egal. Ist auch schon spät. Und ja, ähm, dann habe ich, ähm, es nochmal ohne Splitter versucht. Und ohne Splitter funktioniert es. Also hier ist das gute Stück. Hier ist das Splitter, weil, ähm, ja, ein Doppel aus, ähm, ein Ton und, ähm, Mikrofonanschluss in einem hat mein Laptop nicht. Nur beides. Deswegen muss ich das hier zu einem Doppelteil machen. Und das Reser Kraken Pro kommt dann hier rein. Hat halt nur ein Teil und deswegen steckt man das hier rein. Und dann wird das hier einfach gesplittet. Und, ja. Der Splitter hat mir jetzt über ein Jahr gute Dienste erwiesen. Aber der Splitter ist jetzt hinüber. Und jetzt wollte ich mal fragen, also der Splitter war auch etwas zu lang. Muss ich sagen, von der Länge her. Aber er hat mir trotzdem einen sehr guten Dienst erwiesen. Und ich habe es geschafft, ihn unterzubringen, doch noch. Aber ich bräuchte halt jetzt wieder einen neuen und einen kürzeren. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal fragen. Könnt ihr mir einen Splitter empfehlen, der genauso gut ist? Also der jetzt nicht irgendwie, ähm, ähm, ich weiß, das klingt jetzt blöd, wenn ich jetzt so frage, aber ähm, der mir nicht irgendwie die Qualität von meinem Mikrofon verschlechtert. Also von meinem Mikrofon und von meinen, ähm, Kopfhörern verschlechtert irgendwie, weil er das irgendwie splittet und irgendwie, ja, auch wenn es nur so ein Kabel ist, dass es, ähm, und das nicht irgendwie verschlechtert oder so. Und, dass einfach alles so ist, wie bisher auch. Nur ein, ähm, einfach, dass er kürzer ist und dass er nicht ganz so teuer ist. Weil der war jetzt mit dabei. Gut, okay, dafür habe ich nichts bezahlt. Nur den Preis von den Kopfhörern, den ich auch nicht bezahlt habe, da die ein Geschenk waren, aber egal. Auf jeden Fall einen kürzeren Splitter, der genau die gleiche Qualität hat, am besten. Oder ob ich den noch irgendwie reparieren kann. Ich wäre da echt dankbar für, wenn mir jemand das in die Kommentare schreiben könnte. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass jetzt kein Let's Play kommt. Ja, Oblivion hätte ich sowieso weniger Zeit, das einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Und Titan Quest, ja, das kann ich auch weniger produzieren dann. Oder hätte ich auch weniger produzieren können, aber ich hätte es versucht, so oft es geht. Vor allem jetzt wieder nach der EM. Hätte ich mich wieder mehr dran gemacht. Aber, ja. Sagen wir es mal so. Der Splitter hat jetzt den Geist aufgegeben. Ja, wer da eine Lösung hat, sollten wir bitte in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video wieder. Ich weiß nicht, wann es wieder ein Video von mir geben wird, da ich zur Zeit weniger zum Auspacken oder zum Unboxen oder weniger auf Flohmarken unterwegs bin. Und, ja. Da ich einfach weniger Zeit im Moment habe. Und, ja. Deswegen wird es erst mal weniger Videos von mir geben. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und, ja. Wie gesagt, wer eine Lösung hat, der soll mir das in die Kommentare schreiben. Und dann, ja, bewertet das Video und abonniert, falls ihr das noch nicht habt. Und schreibt mir bitte, bitte eine Lösung in die Kommentare, wie ich meinen Reserkrankenpro wieder benutzen kann. Ich brauche einen Splitter. Also ohne geht es nicht. Kann ich euch gleich sagen. Aber, ja. Wer mir da einen genauso guten Splitter wie den mitgelieferten empfehlen kann, der nicht ganz so lang ist oder weiß, ob ich den noch reparieren kann, der soll mir das dann bitte in die Kommentare schreiben. Und dann, wie gesagt, bewerten und abonnieren nicht vergessen. und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute.